so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die zaplon oder wie wir im funkgestor gelernt haben die sap one von iskra einer meiner absoluten highlights wirklich super drauf gespannt bin und wirklich super hype bin die auf meinen kanal zu präsentieren wir haben hier wieder eine fette batterie wohlgemerkt 25 mm kaliber haben wir hier bei 500 gramm und wir haben hier wieder ganz normale e shapes drin geile fächer haben wir auch drin und was die ganze batterie so besonders macht ist die entschlagsalbe wo wir reines salutes haben teaser lutz und wenn die so krass kommt wie im video dann raste ich aus dann raste ich aus leute lasst uns rausgehen und die genießen wohlgemerkt noch mal 1.3 g also nur für abholer aber let's go raus ja also leute wir haben gelernt gelernt haben wir im shop gelernt haben uns die polen gesagt freundliche grüße versteht mich gar nicht aber dann machen wir jetzt mal ich bin so gespannt diese salutes wenn die so kommen leute oh oh okay f2 ist das